Hallo liebe Schüler, hier ist mal wieder der Mathe-Band für euch da. Ja, Mathe ist eigentlich gar nicht so schwer, wie viele glauben oder meinen oder denken. Es kann auch richtig Spaß machen. Ja, irgendwie habe ich es noch hingekriegt, in so einem Zeitraum wieder ein Video hochzuladen. Es ging schneller als befürstet, naja, aber trotzdem solltet ihr davon ausgehen, dass es manchmal wegen meinem Schulstress länger dauern kann. Naja, okay, letztes Mal haben wir uns angeguckt, wie die Sonderfälle bei der Addition und Subtraktion aussehen. Heute gucken wir uns das Ganze mal bei der Multiplikation und Division an. Fangen wir bei der Multiplikation an. Als erstes haben wir das Prinzip, dass wir irgendeine beliebige Zahl mit 0 mal nehmen. Sagen wir 0 mal 256. Naja, was soll das geben? Wir wissen ja, wie die Multiplikation funktionierte. Wenn wir zum Beispiel sagen 256 mal 2, starten wir auf dem Zahlenstrahl bei der 0 und gehen 2 mal 256 Schritte nach Rests. Aber da wir hier ja 0 Schritte nach Rests gehen, also wir gehen überhaupt nicht nach Rests, würde da 0 rauskommen. Man kann es auch so betrachten, dass man einfach sagt, naja, wir gehen 0 Schritte und das 256 mal. Aber 0 Schritte würde immer bedeuten, wir würden bei der 0 bleiben. Das heißt, wir können sagen 0 mal 256 ist gleich 0 oder 256 mal 0 ist 0. Und das ist egal, welche Zahl man nimmt. Es ist immer 0. Das heißt, merken wir uns, sobald man eine beliebige Zahl, egal welche, mit 0 multipliziert, kommt da immer 0 heraus. Immer. Egal, welche Zahl. Man kann da sagen, dass die 0 einfach die ganze Multiplikation 0 werden lässt. Ja, als zweites, zweiter Fall bei der Multiplikation. 200, Entschuldigung, 392 mal 1 oder 1 mal 392. Was soll das ergeben? Hier wissen wir, wir fangen bei 0 an und gehen einmal 392 Schritte nach Rests. Wo würden wir landen? Bei der 392. Oder wir gehen 392 mal 1 Schritt nach Rests und würden bei der 392 rauskommen. Von daher können wir sagen, immer wenn man eine beliebige Zahl mit 1 multipliziert, egal wo die 1 steht, kommt da immer die Zahl selbst raus. Daher, bei der Multiplikation ist die 1 das neutrale Element. Im letzten Video habe ich schon angesprochen, was neutrales Element bedeutet. Es bedeutet nämlich, dass diese Zahl die Restnummern ist, verändert. Daher, da die 1 ja die Multiplikation hier nicht verändert, die Zahl bleibt gleich, die andere Zahl ändert sich nicht. Daher sagt man, die 1 ist das neutrale Element. Bei der Addition, Subtraktion war es die 0, die das neutrale Element ist. Bei der Multiplikation ist es die 1. Und noch ein Fall, 42 mal 2 oder 2 mal 42. Können wir gucken, wieder das gleiche System. Wir fangen bei der 0 an, gehen 2 mal 42 nach Rests oder fangen bei der 0 an, gehen 42 mal 2 Schritte nach Rests. Und da würden wir immer bei der 84 ankommen. Und jetzt gucken wir uns mal einen Zusammenhang zwischen der 42 und der 84 an. Genau, sobald man eine beliebige Zahl, ist auch egal welche, mit 2 multipliziert, erhält man immer das Doppelte. Ich habe jetzt nicht ein Video dazu gedreht, wie Verdoppeln und Halbieren funktioniert. Aber, ja, ihr habt hoffentlich in der Schule gelernt. Entschuldigung, ich muss kurz überlegen. Ihr habt hoffentlich in der Schule gelernt. Ja, und wenn ihr vielleicht damals nicht so gut verstanden habt, was man unter Verdoppeln versteht, hier eine kurze Definition, sagt man auch, oder eine Festlegung, dass das Doppelte einfach dadurch entsteht, dass man die Zahl mit 2 multipliziert. Ja, das waren die typischen Fälle bei der Multiplikation. Dann kommen wir auch schon gleich zur Division rüber. Und zwar, gucken wir uns mal an, was passiert, wenn man irgendeine Zahl durchs 2 teilt. 70 durchs 2. Das heißt ja, wir fangen bei der 70 an auf dem Zahlenstrahl und gehen immer in zweier Schritten Ristung 0. Wie viele Päckschen würden dort entstehen? Klar, 35. Und wenn wir uns jetzt mal den Zusammenhang zwischen 70 und 35 angucken, sehen wir sofort, dass da immer die Hälfte rauskommt. Daher, bei der Division durchs 2 erhält man immer die Hälfte. Ja, ich habe jetzt natürlich auch kein Video dazu gedreht, was genau halbieren ist, oder was die Hälfte ist. Ihr habt es ja auch in der Schule gehabt, aber, falls ihr es nicht so verstanden habt, hier wieder eine Definition oder Festlegung. Ihr müsst einfach Definitionen euch einprägen oder merken, das ist ein lustiger Begriff, dass die Hälfte einfach dadurch entsteht, dass man die Zahl einfach durchs 2 teilt. Wir können also festlegen, das Doppelte der Zahl erhält man, wenn man mit 2 multipliziert. Und die Hälfte der Zahl erhält man, indem man die Zahl durchs 2 dividiert. Ja, daher, bei der Division durchs 2 erhält man immer die Hälfte. Jetzt aber ganz, ganz, ganz Achtung, die 2 muss der Divisor sein. Die muss immer an zweiter Stelle stehen. Die darf niemals hier an erster Stelle stehen, im Gegensatz zur Multiplikation. Die muss an zweiter Stelle stehen. Wenn wir das resten würden, 2 durchs 70, wie man das berestet, da kommen wir nämlich erst in der 6. Klasse zu. Von daher muss, ganz wichtig, muss die 2 an zweiter Stelle sein, also der Divisor sein. Jetzt gucken wir uns mal an, was passiert, wenn man hier durchs 1 teilt. Wir fangen bei der 1540 an und gehen immer in einer Schritten Richtung 0. Was wird da rauskommen, wie viele Packs sind? Natürlich, 1540. Wir sehen, wenn wir hier durchs 1 teilen, jede beliebige Zahl, dann erhalten wir die Zahl wieder selbst. Also, bei der Division durchs 1 erhält man immer die gleiche Zahl. Die 1 ist daher das neutrale Element der Division. Kann man das also gut merken. Ihr müsst euch immer vorstellen, dass bei der Addition, Subtraktion, Multiplikation und der Division bei allen vier Grundressenarten immer die Zahl an zweiter Stelle steht. Bei der Addition, Subtraktion ist das neutrale Element die 0, die verändert die Zahlen ist. Bei der Multiplikation und Division ist es die 1. Denn sobald man eine Zahl mit 1 multipliziert oder durchs 1 dividiert, verändert es die Zahlen. Es ist daher neutrales Element. Aber auch wieder ganz, ganz wichtig, die 1 muss der Divisor sein. Sonst hätten wir ja 1 durch irgendwas und was das gibt, das kommt wieder später. Na gut, kommen wir zum nächsten. Hier, 0 durch 17 ist was. Wir fangen bei der 0 an, aber wir können ja nicht weiter nach links gehen. Das heißt, wir sind bei der 0 schon angelangt. Das heißt, egal was, immer wenn man die 0 durch eine beliebige Zahl teilt, kommt da immer 0 raus. Teilt man die 0 durch eine beliebige Zahl, erhält man immer 0. Dabei ist es völlig egal, ob es nur eine 2 ist, eine 17 oder ein paar Millionen. Aber immer wenn man 0 durch eine Zahl teilt, kommt da immer 0 raus. Also die 0 als Dividend, als Platzhalter bei links, lässt die Division einfach 0 werden. Jetzt kommt auch das aller, aller Ungewöhnlichste hier ins Spiel. Was passiert, wenn wir durchs 0 teilen? Da kommt kein Ergebnis raus. Na nun, bis jetzt hatten wir ja immer, dass bei jeder Aufgabe irgendein Ergebnis rauskam. Deshalb wundert es euch vielleicht, dass hier jetzt mal kein Ergebnis rauskommt. Aber das müsst ihr mir glauben. Denn die Division durchs 0 ist nicht definiert. Das heißt, es führt zu keinem Ergebnis. Dazu sagt man auch, es ist nicht definiert. Es gibt kein Ergebnis, das rauskommt, wenn man irgendeine beliebige Zahl durchs 0 teilt. Das müsst ihr euch dringend merken. Denn manche haben da oft Ergebnisse raus, aber es ist nicht definiert. Kommt zu keinem Ergebnis. Jetzt ist die Frage natürlich noch, warum das so ist. Na ja, wir können das hier im ganz einfachen Beispiel sehen. Wenn 6 durchs 3 gleich 2, dann können wir auch einfach zurückrechnen, 2 mal 3 ist 6. Das stimmt natürlich. Das heißt, wenn wir diese Zahl mit dieser Zahl multiplizieren, kommt diese Zahl raus. Und jetzt tun wir einfach mal so, dass 72 durchs 0 irgendein Wert wäre. Sagen wir mal 1. Dann müsste ja gelten, wenn 72 durchs 0 gleich 1, dann einmal 0 gleich 72. Ups, wir haben ja gesagt, was kommt raus, wenn man mit 0 multipliziert? Klar, die 0 und NIST 72. Das heißt, wir haben hier eine falsche Aussage. Damit ist es völlig egal, wesse Zahl hier steht. Wir würden immer eine falsche Aussage kriegen. Und wenn man jetzt 0 durchs 0 teilt, und da würde theoretisch auch eine Zahl rauskommen. Wenn 0 durchs 0, sagen wir mal 1, dann einmal 0 gleich 0. Ist zwar richtig, egal welchen Wert man einsetzt. Ist zwar richtig, aber auch 200 mal 0 ist 0. Das heißt, egal welchen Wert man hier einsetzt, diese Aussage würde immer korrekt sein. Das heißt, hier oben haben wir eine falsche Aussage und hier unten haben wir kein eindeutiges Ergebnis. Oben haben wir eine falsche Aussage. Da kann keine Zahl stehen und unten könnte hier jede beliebige Zahl stehen, wenn man 0 durchs 0 teilt. Aber da dies der Mathematiker NIST besonders schön findet und das auch beides NIST in normalen Regeln entspringt, hat man sich darauf geeinigt, dass die Division durchs 0 zu keinem Ergebnis führt, dass es nicht definiert ist. Das heißt, wenn auch immer ihr eine Aufgabe habt, wo ihr durchs 0 teilt, kein Ergebnis. Sonst ist es falsch. Okay, liebe Schüler. Das war es dann eigentlich von meiner Seite wieder aus. Ja, beim nächsten Mal werden wir, werden es dann wieder Videos zur Risting-Klasse 5 drehen. Da geht es dann um die, um bestimmte Zahlensysteme. Ja, denn es gibt neben dem 10er-System auch ganz andere Zahlensysteme. Dazu aber später dann im nächsten Video. Ich sage, macht es gut, liebe Schüler. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.